Ja, herzlich willkommen zum Video-Podcast von Mensch im Mittelpunkt, Lichtenstein. Heute ist mein Gast Prof. Dr. Gerald Düker. Mein Name ist Daniel Latham. Weil Impfstoff klingt halt besser als prophylaktische Gentherapie. In den 90er Jahren hat man durchaus also in dieser Terminologie davon gesprochen. Also es steht fest und es wird von Pfizer auch zugegeben, wenn es ganz schlecht läuft, ja, kann die Geschichte tödlich enden. Wenn man also hier Personen dazu zwingt, ja quasi durch Druck und wer weiß was, was dort dahinter steckt, alles noch aufgefahren wird, sich impfen zu lassen, dann übernimmt man aber auch Verantwortung für deren Gesundheit. Und es muss eine eben eigenständige Entscheidungen bleiben, also ohne Zwang. Da kommen wir drauf, Verunreinigungen über den Herstellungsprozess stellen ein Zusatzrisiko dar. Das Hauptrisiko, das ist das, was wir gerade schon besprochen haben, ist die Produktion des toxischen Spike-Proteins, ein Fremdeiweiß von körpereigenen Zellen, die dabei vernichtet werden. Und wir wissen nicht, in welchen Mengen und wo und so weiter, das dem Zufall überlassen. Und das kann nicht schiefgehen. Aber natürlich hätte man damals eben also hier innehalten müssen. Aber das Gegenteil passierte ja. Es wurde geradezu tabuisiert, überhaupt über Nebenwirkungen zu sprechen. Offiziell verlautert praktisch nebenwirkungsfrei. Hallo Daniel, ich bin froh, hier zu sein. Ich freue mich auf das Gespräch. Hallo Gerald, danke, dass wir direkt zum Du überswitchen. Wir hatten uns gestern schon mal im Vorgespräch eine Stunde unterhalten. Ganz vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Gerald, du bist unter anderem bekannt für deine Forschungsarbeiten zur organischen Chemie und Katalyse an den Universitäten Bochum, Braunschweig, Dortmund, Duisburg und Stanford. Außerdem machst du auch Lehrvideos in deinem eigenen YouTube-Kanal, der da heißt Professor Gerald Dückers Chemistry und More mit über 10.000 Abonnenten. Darin eben auch Videos zur Chemie von Arzneistoffen, auch zu problematischen wie Kontergan und Cominati. Da würde ich direkt ansetzen, siehst du denn direkt Parallelen zwischen Kontergan und Cominati-Impfstoffen? In der Aufarbeitung von den Folgeschäden, da gibt es durchaus Parallelen. Erinnern wir uns da an Kontergan mit den Missbildungen bei Kindern in den 60er Jahren. Es war halt damals ein Mittel, was Schwangeren irgendwo als leichtes Schlafmittel verabreicht wurde. Und vom ersten Verdacht, dass hier ganz gewaltig was schief geht, bis zur juristischen Aufarbeitung mit einem Urteil, damals gegen die Firma Grünenthal, hat es ganze vier Jahre gedauert. Ja, so und jetzt sind wir in einer Situation, dass auch sehr viele Menschen wohl geschädigt worden sind. Das lässt sich kaum noch bezweifeln, eigentlich überhaupt nicht bezweifeln. Auf Belege werden wir noch kommen. Aber die Aufarbeitung ist halt nicht gewünscht. Weil es ist ja in diesem, damals war es eine Firma, die ein Problem hatte. Und nun sind es in der Nachhineinbetrachtung eine ganze Menge sehr einflussreicher gesellschaftlicher Gruppen, die nicht in ein problematisches Licht kommen wollen. Das ist ja klar. Lass mich vielleicht, bevor wir einsteigen, kurz sagen, worum es in diesem Video-Podcast geht. Wir werden uns grundsätzlich immer über wissenschaftliche Fakten unterhalten und nicht belegbare Themen. Fakten und Spekulationen brauchen wir eigentlich gar nicht mehr. Also es ist durchaus auch für Wissenschaft mal zu spekulieren, ja, im Sinne einer Hypothese, einer wissenschaftlichen Hypothese. Die ist immer Spekulation, wenn noch nicht genügend Daten, überzeugende Daten da sind. Und die brauchen wir auch. Mittlerweile wissen wir einiges, das wird nicht angezweifelt mehr. Und wir wissen es also hier von offiziellen Statements, beispielsweise von Pfizer und anderen Firmen, die durchaus zugeben, so einige Punkte. Und gerade darauf können wir uns konzentrieren. Das ist schon mehr als genug, um sagen zu können, ja, man bräuchte jetzt nur wirklich eine tiefergehende Aufarbeitung. Absolut. Also wir werden uns über Herstellungsprozesse von Mod-RNA-Impfstoffen unterhalten. Wir werden uns über die Grundrisiken von Mod-RNA-Impfstoffen unterhalten. Da hatten wir uns auch im Vorgespräch schon drüber unterhalten. Da kam von dir das Zitat, die Impfung basiert auf einer Schädigung von Zellen. Das fand ich bemerkenswert. Wir werden uns über Risiken von Mod-RNA-Impfstoffen, die durch den Herstellungsprozess entstehen, unterhalten. Also was genau, wie genau funktioniert der Herstellungsprozess? Und wo entstehen schon Möglichkeiten oder unterschiedliche Risiken, die sich später vielleicht auch auf unsere Gesundheit auswirken? Stichworte Verunreinigungen, DNA-Fragmente in Lipid-Nanopartikeln, sogenannte LNPs, ribosomaler Shift, auch bekannt als ribosomales Brain Shifting oder ribosomales Leserahmenwechsel. Informationen für eine eigene Risikoabschätzung, auch das ist wichtig, denn bis heute wurden ja kaum Daten veröffentlicht. Das heißt, es ist ganz wichtig, dass wir Bürgerinnen und Bürgern, Menschen, die da draußen geimpft wurden oder eventuell auch nach wie vor noch mit der Überlegung spielen, sich mit einem Mod-RNA-Impfstoff impfen zu lassen, sich vielleicht hier auch Informationen zu holen, um ihre eigene, zur eigenen Risikoabschätzung. Werde ich das machen? Werde ich das nicht machen? Wir werden uns darüber unterhalten, ob bei den Risikoeinschätzungen des SARS-CoV-2-Virus eventuell Fehler begangen wurden. Wir werden ganz am Ende des heutigen Gesprächs uns mal vielleicht auch darüber unterhalten, was wir aus diesen ganzen Erkenntnissen vielleicht für die Zukunft lernen. Und eventuell, wenn wir noch dazu kommen, das würde mir auch noch am Herzen liegen, dass wir uns unterhalten über die geplanten Maßnahmen der WHO und natürlich auch über die Vergangenheit. Denn es wurde doch massiv in unsere Freiheit und vor allem in die Unversehrtheit unserer Kinder eingegriffen. Und wenn wir Zeit haben, werden wir uns vielleicht auch darüber noch unterhalten. Steigen wir ein, hätte ich gesagt. Und ganz bevor wir tatsächlich anfangen, mit allen diese Themen abzuarbeiten, vielleicht noch was in eigener Sache. Das hier ist unser MIM-Video-Podcast. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr den YouTube-Kanal abonniert oder auch einen Like da lasst. Drauf gekommen oder auf das Gespräch, ich habe Gerald irgendwann mal eine E-Mail geschrieben und habe gesagt, habe einen Beitrag gesehen im WDR. Ja, mir ist aufgefallen, dass wahrscheinlich sehr viel herausgeschnitten wurde, denn es war nur ganz, ganz kleine Bruchstücke wiederzuerkennen. Wir verarbeiten solche Beiträge auf der Plattform mediencheck.li. Da gerne mal reinschauen. Wahrscheinlich wird aus diesem Video-Podcast auch ein Audio-Podcast entstehen. Deswegen, ihr findet uns auch auf Soundcloud, Instagram, Facebook, Telegram, Mastodon und X. Das heißt, auch dort sehr gerne, wenn wir Informationen teilen und auch dieses Video teilen, einen Daumen hoch oder ein Herzchen dort lassen und vielleicht den Kanal auch abonnieren. Darüber freuen wir uns. Da gibt es dann auch eben ganz viele News. Und wenn ihr, egal wo ihr dieses Video seht, wir freuen uns über Kommentare da unten drunter, denn und auch vor allem auch Fragen. Vielleicht hier noch der Hinweis auf mediencheck.li. gibt es Hinweis auf Regeln für Meinungsbeiträge. Wir freuen uns, wenn ihr euch da trauernd ein bisschen haltet. Hate Speech und solche Dinge finden wir als nicht unbedingt angemessen. Das heißt, stellt eure Fragen, gebt auch sehr gerne Kommentare ab, denn ich plane oder wir planen gemeinsam in drei bis vier Wochen, dass wir nochmal einen Videopodcast nachschieben und versuchen, dort sämtliche Fragen zu beantworten. Ganz kurz vielleicht noch zu mir, warum mache ich das Ganze oder was sind so meine Vorkenntnisse? Nur ein ganz kleiner Abriss. Ich habe fast zehn, zwölf Jahre lang unter anderem Wissenschaft, also Vorlesungen gehalten zu den Themen wissenschaftliches Arbeiten, das an mehreren Hochschulen und Universitäten, auch im Ausland, wie zum Beispiel Finnland. Ich habe mehrere Unternehmen, unter anderem eine Full-Service-Marketing-Agentur. Das heißt, ich habe auch ein bisschen Einblick in, wie man Produkte an die Frau und den Mann bringt. Und ich bin seit über einem Jahr eben Pressesprecher für MIM, deswegen auch hier in diesem Videopodcast. Fangen wir an, dass wir vielleicht nochmal einsteigen in das Thema Corona. Gerald, an welchem Punkt hast du gesagt, wo das erste Mal der Corona-Virus in aller Munde kam, beziehungsweise dieser spezielle SARS-CoV-2-Virus? Wann hast du gesagt, da stimmt eventuell was nicht, da muss man mal genauer nachforschen? Das würde mich interessieren. Das waren zwei Punkte. Ich gehörte durchaus zum Team Vorsicht. Also die Bilder, die dort gekommen sind, waren schon erschreckend. Und der Verdacht stand ja schon sehr früh im Raum, dass das nicht unbedingt wirklich von einem Markt durch ein ganz natürliches Geschehen in die Welt gesetzt worden ist, sondern aus einem Labor kam und im Zusammenhang mit Gain-of-Function-Forschung. Und da wird schon an sehr gefährlichen Pathogenen gearbeitet, um Gegenmaßnahmen dort zu entwickeln. Aber wenn da mal was entweicht, also das ist schon höchst gefährlich. Und ja, es sah so aus, dass es von da her gekommen ist. Du sprichst das Labor in Wuhan, in China. Und diejenigen, die da im ersten Jahr da etwas von sagten, aha, Wuhan, und da ist doch auch ein bekanntes eben also Labor. Ja, die wurden halt als Verschwörungstheoretiker und so gebranntmarkt. Aber mittlerweile ist es also in den USA auf jeden Fall und hier in Deutschland eigentlich auch klar, es kommt aus dem Labor mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit. Und der Physiker-Kollege Professor Wiesendanger von der Universität Hamburg hat da viel Arbeit reingesetzt und Überzeugungsarbeit geleistet. Der hat das also für Deutschland nun wirklich aufgedeckt. Und da ist natürlich auch die Forderung dahinter, Gain-of-Function-Forschung zu verbieten. Ja, weil wir haben ja gesehen, also welches Desaster so etwas anrichtet jetzt, wenn es in Freiheit gesetzt wird. Würde das zu weit führen, nochmal zu erklären, was genau mit Gain-of-Function-Forschung gemeint ist? Ja, im Wesentlichen, da werden halt Viren, Bakterien oder sonst etwas genommen. Und die werden genetisch verändert, damit die noch gefährlicher sind. Ja, und dann wird erforscht, was können wir mit noch gefährlicheren dagegen tun. Ja, angeblich prophylaktisch, falls eben also in einem Kriegsfall jemand biologische Waffen... Also die gleiche Forschung machen würde und es einsetzen würde. Dann wären wir gewappnet und hätten dann theoretisch... Also, Vorsicht war angebracht. Ja. Ganz klar, das sollte man eben also nicht unter den Tisch kehren. Und dann wurden aber gewisse Regeln aufgestellt. Ja, also hier, da gab es den R-Wert. Ja, und der R-Wert musste unter 1 gedrückt werden. Und das bedeutete ganz einfach, solange der R-Wert über 1 ist, dann steigt die Epidemie an und ist er unter 1, dann nimmt sie wieder ab. Ja, und es wurden ja damals die ersten Lockdowns eingeführt dadurch, wir müssen unbedingt den R-Wert nach unten prüfen. Ja, ja. Ja, so, nur der R-Wert, der war eigentlich schon mit dem Tag, weil die Leute selber vorsichtiger geworden sind, mit dem Tag der Einführung ist er schon unter 1 gewesen. Aber die Politik hat entschieden, das lässt man weiterlaufen. Ja, das ging ja, der erste Lockdown, der ging ja über durchaus vier Wochen oder sechs Wochen, weiß ich nicht mehr so, ist ja schon ein paar Jahre jetzt mittlerweile. Ja, auch landesspezifisch unterschiedlich. Ja, landesspezifisch unterschiedlich. Und damals gab es halt also die ersten Wissenschaftler, die dann sagten, holla, wir hatten uns doch auf was geeinigt. Und jetzt bitte eben also auch das da durchziehen. Ja, und irgendwann merkten die, dass der R-Wert, also die Maßnahmen zu begründen, nicht mehr eben so richtig passt. Ja, und dann hat man sich auf irgendwelche Inzidenzen geeinigt. Ja, und jetzt machen wir mal den Bogen zu heute. Der eine oder andere wird sich daran erinnern können, bei einer Inzidenz von irgendwie, hat man gesagt, 50 oder 100. Das ist der Grenzwert. Und dann müssen wir wieder eben also quasi die Pforten schließen. Ich hatte letzte Woche gehört, Grippe sei zur Zeit in Deutschland der Inzidenzwert bei 7.000. Und naja, und von irgendwie Lockdown oder so ist überhaupt nicht die Rede. Ist auch gut so, dass davon nicht die Rede ist. Vielleicht, bevor wir in den Impfstoffprozess oder die Herstellung einsteigen, ganz kurz nochmal. Was ist überhaupt ein Virus? Also es gibt unterschiedliche Viren. Es gibt welche mit RNA-Genom. Dazu gehört eben auch das Coronavirus oder die Gattung der Corona-Viren. Aber eben auch Influenza-Viren. HIV gehört auch dazu. Und es gibt Viren, die basieren auf einem DNA-Genom. Das sind zum Beispiel Herpesviren, Adenoviren und so weiter. Konzentrieren wir uns hier auf Viren mit RNA-Genom. Wie funktioniert genau die Übertragung? Also vielleicht, wenn wir da nochmal ins Gespräch... Okay, nochmal. Was ist ein Virus und was ist ein Bakterium? Wo ist eigentlich der Unterschied? Also bei einem Virus, da kann man sich fragen, ist das eigentlich ein Lebewesen? Nee, was ist ein Lebewesen? Ein Lebewesen hat irgendwo Stoffwechsel. So, ein Bakterium hat Stoffwechsel. Ein Bakterium kann halt erstens Energie aufnehmen, Nährstoffe aufnehmen. Und ein Bakterium vermehrt sich so letzten Endes durch Wachstum und dann Zellteilung. Durch diese Zellteilung macht es dann Kopien von sich selbst. Deswegen werden auch Bakterien eingesetzt, um letztendlich dann auch mRNA zu reproduktieren. Da kommen wir dann eben später zu, ganz genau. Und bei einem Virus ist das anders. So ein Virus ist eigentlich ein Behälter für genetische Information. Und diese genetische Information enthält alles, was gebraucht wird, um diesen Virus wieder zu bauen. Vielleicht dazu ein Virus ist 200 Mal kleiner als ein Bakterium. Allein daran sieht man schon, das ist vielleicht auch nicht ganz so komplex. Ja, viel einfacher aufgebaut. Also es ist die genetische Information verpackt in eine entsprechende Hülle. Und dann hat er auch noch die Möglichkeit, in Zellen einzudringen, an Zellen anzudocken, in Zellen einzudringen. Das wäre dann dieses Spike-Protein, mit dem es quasi an die Zelle andockt. Ja, aber es gibt da verschiedene Mechanismen. In dem Fall bei Corona, bei diesem hier, diesem Covid-19, da ist es dann das Spike-Protein an der Oberfläche, das ganz wichtig ist zum Andocken an Zellen. Und jedenfalls gibt es Mechanismen, dass das Virus dann in die Zelle reingelangt und dort quasi an den Proteinfabriken seine genetische Information abgibt. Und die zelleigenen Fabriken können dann die Bauteile produzieren. Und das Virus wird zusammengesetzt. Also im Grunde können wir uns das als eine kleine Fabrik dann halt vorstellen, die im Sinne von diesem Virus umprogrammiert wird. Und das produziert dann sehr viele Viren. Dabei geht natürlich die Zelle irgendwo auch kaputt. Und die Viren werden dann freigesetzt. Ja, das ist es im Wesentlichen. Das ist so der Lebenszyklus eines Virus. Vielleicht für die Zuschauerinnen und Zuschauer, Zuhörer und Zuhörerinnen. Also grundsätzlich werden Zellen infiziert, kann man ja sagen, mit dem Virus, die normalerweise ganz normale Aufgaben haben. Hauptsächlich ist es eben in unserem Atemtrakt. Das heißt, die bilden dort Schleim. Es geht ja um die Sizilienbewegung. Das heißt, die fördern irgendwelche Fremdstoffe wieder aus der Lunge, aus den Atemwegen heraus. Es gibt auch dort Zellen, die sind für die Immunabwehr zuständig und auch für den Gasaustausch dann eben in der Lunge. Und wenn dort eben dieses Virus kommt und sich dort quasi andockt, wobei ich habe auch so verstanden, dass es teilweise auch wirklich angezogen wird von der Zelle. Es gibt da unterschiedliche Mechanismen. Und dann wird eben diese RNA in diese Zelle hineingebracht und fängt dort an, sich zu replizieren. Das heißt, die alte RNA wird quasi ausgeschalten oder wird rausgeworfen, wie auch immer. Und so repliziert sich dann dieses Virus, wird wieder ausgeschieden und befällt natürlich weitere Zellen, bis irgendwann dann eine Immunantwort kommt vom Körper. Ja, ergänzend dazu. Ja, also diese RNA dient einfach nur als Bauplan. Ja. Aber natürlich, was soll aufgebaut werden? Ein komplettes Virus. Ja, nicht nur eins, sondern viele Kopien von dem Virus. Und in jedem Einzelnen muss dieser RNA-Bauplan wieder drin sein. Ja. Ja. Und dann hast du gerade ganz wichtig erwähnt, ja, die Immunantwort. Natürlich hoffen wir darauf, müssen wir ja, dass das nicht immer weitergeht und wir quasi komplett von dem Virus ausgeschlachtet werden, könnte man jetzt übertrieben. Das heißt, unser Körper merkt irgendwann, da stimmt was nicht. Da ist vielleicht auch ein Entzündungsherd. Ja, und da gibt es verschiedene Mechanismen, ja, die dann dafür sorgen, dass das Virus bekämpft wird. Der andere werden dann Antikörper gebildet und die Antikörper, die passen dann also hier ganz genau auf verschiedene Teilstücke von diesem Virus, greifen dann, also wenn irgendwo das Virus auftaucht, dann so wie, ja, sind ja passgenau, die kleben dann da drauf. Das sorgt schon dafür, dass das Virus nicht so einfach wieder in weitere Zellen rein kann, weil ja quasi noch eine Zusatzhülle auf das Virus draufkommt. Gleichzeitig können diese Enzyme aber auch als Tech, als Markierung da sein, wo dann körpereigene Abwehrzellen, ja, Markbruchzellen, ja, die kommen dann an. Stellen wir uns die mal als Pac-Mans irgendwo vor, ja, aber es sind im Wesentlichen weiße Blutkörperchen, ja. Und die fressen das dann auf und damit ist es unschädlich, ja. So, was soll jetzt, und da können wir jetzt an der Stelle auch einfach rüberleiten mit einer einfachen Erklärung, Wie funktioniert denn nun eine Impfung? Ja, bei einer Impfung möchte man den Körper, die Immunabwehr schon von vornherein, bevor eben das Pathogen auftaucht, trainiert haben, dass die passenden Antikörper halt schon da sind. Und bei einer klassischen Impfung macht man es so, dass zum Beispiel Viren, die entkernt sind, keine genetische Information für den Bauplan mehr haben, damit auch nicht so Schaden anrichten können. Dann spricht er, glaube ich, von Totimpfstoffen. Totimpfstoff, ja, das wird injiziert und dann hat der Körper oder kann schon Erfahrungen sammeln, aha, so sieht das aus, das wollen wir hier nicht haben, ja. Und dann produzieren wir dafür schon mal speziell Antikörper. Und sobald dann eben der echte Pathogen, das echte Virus, dann auch kommt, Haben wir schon die Antikörper. Wir stehen bereit und dann wird das schneller bekämpft und kommt erst gar nicht zum Zuge, ja. Das ist ja auch eine super Idee, ja. Und die Impfungen haben durchaus eine Menge Erfolge gefeiert. Und ich habe mich im vergangenen Jahr noch gegen, ja, wie heißt die Krankheit nochmal, also ab 60 Jahre wird die empfohlen. Die Stelle musste mal irgendwie rausschneißen. Gürtelrose. Ja. Ja, ja, ja. So, und das ist eine Krankheit, also, die möchte man wirklich nicht bekommen. Das ist also hier schmerzhaft und da altert man gleich um mehrere Jahre, wenn es also hier dumm läuft. So, und ja, da habe ich eben also zugegriffen in dem Fall, ja. Und ich habe es auch eben nicht bereut, ganz klar. Da gibt es tatsächlich eine Impfung. Ja, und die wird empfohlen für Leute über 60, ja. Interessant. Okay, das wusste ich gar nicht. Also, es gibt Lebendimpfstoffe, es gibt Totimpfstoffe, Lebendimpfstoffe werden irgendwie, da werden eben Viren gezüchtet. Ja, aber auch in irgendeiner Weise geschwächt. Genau, die werden dann so verändert, dass sie quasi nicht mehr aktiv sind und es gibt eben diese Totimpfstoffe, die kommen in unseren Körper, die trainieren unseren Körper, die können uns gar keinen Schaden zufügen. Kommen wir zu den Mod-RNA-Impfstoffen. Ja, und wie funktioniert das? Sie werden ja Impfstoffe genannt. Ja. Was auch irgendwo ein Stück weit mit Marketing zu tun hat. Da haben wir es. Weil Impfstoff klingt halt besser als prophylaktische Gentherapie. In den 90er Jahren hat man durchaus also in dieser Terminologie davon gesprochen. Ja. Was wird dort jetzt gemacht? Naja, da wird nicht appliziert halt ein Teilstück von dem Virus. Man hat sich jetzt gesagt, naja, also bei diesem Covid-19, was ist denn das herausragende Merkmal auf der Oberfläche des Virus? Und das ist das Spike-Protein. Ja, Spike, Spitzen. Ja, das ragt eben also da heraus. Und da kriegt ja nun also hier die potenzielle Immunabwehr auch zuerst Kontakt. Also nehmen wir uns doch das Spike-Protein vor und die Wissenschaftler haben es da geschafft, die genetische Information herauszuarbeiten für genau den Bau dieses Spike-Proteins. Und nun ist die Idee dieser Mod-RNA-Technologie, okay, wir nehmen den Bauplan, eine modifizierte RNA. Deswegen auch dieses Mod steht für modifiziert. Es gibt noch mRNA, Mod-RNA und mRNA wird oft klar nicht bedeuten. Das steht normalerweise für Messenger-RNA, aber bei der Mod-RNA gibt es eine Besonderheit. Da ist eins von diesen, ja, wenn eben diese RNA appliziert wird, das ist ja ein Bauplan und da ist dann quasi so eine Buchstabenfolge drauf. Real ist das eine Abfolge von sogenannten Nukleotiden. Und eines von diesen Nukleotiden, nämlich das Uridin, ich nehme mal jetzt den Fachbegriff, ist ausgetauscht durch das N-Methyl-Pseudo-Uridin. Und davon hat man verschiedene Vorteile, dass die Lebensdauer insgesamt von dieser Mod-RNA länger ist, dass mehr produziert wird. Und genau dieser Trick ist ja auch im vergangenen Herbst mit einem Nobelpreis ausgezeichnet worden. Ja, aber bleiben wir jetzt dabei, also hier die Idee der Mod-RNA-Technologie ist nun, dass diese modifizierte RNA eingepackt wird. Nicht in eine Virushülle, sondern in eine sogenannte Nanolipid-Hülle. Also spezielle künstliche Lipide wickeln das Ganze ein und dann werden da noch ein paar Zusatzstoffe eben gemacht. Und dann hat man ja so eigentlich so ein Paket geschnürt, wo die empfindliche, durchaus immer noch, auch als modifizierte RNA, durchaus noch empfindliche, da eingebaut ist, da drinnen umhüllt ist. Die wird dadurch geschützt und diese Nanolipid-Hülle, die ist so aufgebaut, dass sie sehr hilfreich ist, um auch an Zellen anzudocken und in Zellen dann reinzukommen und dort den genetischen Bauplan abzuliefern. So, und dann wird der genetische Bauplan eigentlich genauso wie bei einem Virus, das ist dann jetzt eigentlich so eine Art künstliches Virus, was man dort gemacht hat, wird abgeliefert und die Mod-RNA wird ausgelesen und dann umgesetzt in den Bau dieses Spike-Proteins. Aber eben nicht des Nanopartikels mit da drin, das wäre ja dann wie bei einem Virus. Hier wird nur das Spike-Protein. Also nur dieses kleine Eckchen, dieser Stachel. Nennen wir es einfach der Virus-Stachel, der wird dort produziert. Und dann wird der irgendwann also hier an die Oberfläche halb gedrückt und dann wird ja auch gehofft, dass dann also der Körper merkt, hey, mit dieser Zelle stimmt was nicht. Die ist nicht mehr in Ordnung. Ja, und dann kommen die entsprechenden Abwehrzellen und die werden dafür sorgen, dass diese Zelle dann quasi gefressen wird, vernichtet wird. Aber dieses Kennzeichen, das wird sich gemerkt für die Immunabwehr. Dafür werden also Antikörper gebildet. Und wenn dann, so hofft man halt, dann der komplette Virus irgendwie auftaucht, zwar kennt dann vielleicht die Immunabwehr noch nicht den ganzen Virus, aber das Spike-Protein da oben. Ja, okay, so hat man sich das Ganze gedacht. Ja, lass uns nochmal kurz vielleicht zurückgehen zum Herstellungsprozess. Ja, also jetzt an der Stelle kommt aber, sollten wir nochmal sagen, da kommt dann, also hier ist leicht zu verstehen an der Stelle, wo denn jetzt die besondere Gefahr liegt. Ja, denn, wie du eingangs erwähnt hattest, also hier dieses Zitat von mir, diese Art von Impfung ist darauf angewiesen, dass körpereigene Zellen zerstört werden. Ja, da haben wir es doch. Also zur Produktion des Spike-Proteins, ja, und dann zur Immunabwehr werden diese körpereigenen Zellen zerstört. Ja, jetzt kann man sagen, naja, das ist ja eigentlich auch der Fall, wenn man also hier eine Virusinfektion hätte. Warum soll das denn jetzt eben also da plötzlich so gefährlich sein? Naja, der große Unterschied besteht eben also schon darin, diese Virusinfektion von Covid-19 bleibt in aller Regel in den Schleimhäuten hängen. Da findet die Infektion halt in den Schleimhäuten zunächst einmal statt. Ja, und in eher, ja, weniger häufigen, aber dann halt durchaus tragisch ausgehenden Fällen, ja, kommt der Virus also weiter bis in die Blutbahn, bis eben also in tiefer liegende Gefäße rein. Aber das ist in den meisten Fällen Gott sei Dank nicht der Fall. Ja, also Covid-19 ist mit Sicherheit keine harmlose Krankheit, wenn es eben also hier bis in die Blutbahn halt vordringt. Das wissen wir. Da wollen wir auch gar nichts eben also verharmlosen. Nur bei der Impfung sieht es ja so aus, bei der Covid, der sogenannten eben also hier Corona-Impfung, es wird in den Oberarm gespritzt. Ja. Und dann wird immer gesagt, ja, das bleibt da. Und da ist dann die Immunabwehr und dann wird das da aufgeräumt und dann seid ihr eben also hier geschützt. Naja, das stimmt nicht. Man weiß ja inzwischen, dass auch aus dem Oberarm in dieser Muskelzellen, in der Muskulatur bleibt es nicht. Es verbreitet sich also hier durchaus mit einigermaßen Geschwindigkeit im Körper. Natürlich ist die Hauptimmunreaktion hier im Oberarm. Aber jetzt kommt es auch noch. Bei statistisch, bei jeder etwa zehnten Injektion wird schon versehentlich ein Blutgefäß getroffen. Ja. Und dann hat man es sofort in der Blutbahn und wir haben dann absolut keine Kontrolle mehr darüber, wo kommt das, geht das hin, an welchen Stellen werden die Zellen geschädigt und es entstehen damit halt kleine Entzündungen. Ja. Wie lange wird das produziert? In welchen Mengen? Ja. So. Und da kann halt überall im Körper etwas passieren. Naja, und meines Wissens sieht das also hier mit Myokarditis, Herzmuskelentzündungen so aus. Naja, wenn es eben also hier da eine etwas stärkere Ladung in diese Richtung gegangen ist. Naja, also dieser Impfstoff hält sich ja dann auch beim Herzen etwas länger auf. Das gerät dann leichter im Fokus. Und naja, wenn es dann halt dumm kommt und auch eben also Zellen des Herzmuskels werden geschädigt, dann kann sich daraus eine solche Myokarditis entwickeln. Okay. Und die Myokarditis, also das ist eines der Nebenwirkungen oder Impfschäden, die mittlerweile anerkannt sind und ich denke, an der Stelle sollten wir auch sagen, was das bedeutet. Ja, also eine Myokarditis ist nun auch nichts harmloses, vor allem die heilt nicht so einfach aus. Also Leberzellen, die können noch vom Körper regeneriert werden, neu generiert werden. Also Leber kann sich regenerieren, Herzmuskelzellen nicht. Also das ist eine Schwächung des Herzens, dass die eingetreten ist und die wird man nicht so einfach los. Man kann nur hoffen, dass es einen harmlosen Verlauf hat und nicht irgendwo mal durchschlägt. Ja. So und jetzt die wichtige Information. Uns wird ja immer gesagt, nebenwirkungsfrei und so weiter. Aber wenn man jetzt nachliest in der Produktbeschreibung von Pfizer, Produktbeschreibung für Cominati. Das kann man, kann jeder Bürger sich von der Europäischen Medicinal Agency runterladen. Ja, das ist ein irgendwo rund 400 Seiten dickes Werk, ist ein PDF. Und bereits auf der Seite 4 findet man Warnhinweise, Warnhinweise für Myokarditis zum Beispiel. Und dann ist da dieser Abschnitt und dann steht da drin, dass insbesondere junge Männer davon, wurde registriert, betroffen waren. Natürlich schreiben die da in aller Regel ein harmloser Verlauf. Wie gesagt, kann man sich drüber streiten, ist es wirklich harmlos, wenn man es hat. So ganz harmlos ist es nie. Gelegentlich mussten auch junge Menschen dann ins Krankenhaus eingeliefert werden. Und dann kommt der entscheidende Satz, es sind auch Fälle mit Todesfolge beobachtet worden. So und da haben wir jetzt, das ist ernsthafte Folgeschaden. Da kann man ja nicht von Nebenwirkungen mehr eben als hier sprechen. Und also es steht fest und es wird von Pfizer auch zugegeben, wenn es ganz schlecht läuft, kann die Geschichte tödlich enden. Ja, deswegen betonen wir, es ist also dann potenziell tödlich und in die eigene Überlegung sollte man das mit einbeziehen. Und insbesondere für junge Menschen, ja, galt es absolut nicht als höchst gefährlich. Und insofern riskieren diese jungen Menschen über diese Injektion durchaus ihr Leben. Es ist ja nicht nur die Myokarditis, es sind ja noch eben viele andere Dinge. Darf ich vielleicht nochmal zurückkommen auf den Herstellungsprozess an sich oder woher kommen diese Probleme? Lass uns den Herstellungsprozess, lass mich kurz unterbrechen. Ja, das ist eigentlich auch der Punkt, der mich von Anfang an dann umgetrieben hat, als es, als es halt hieß, dass, ja, für Schüler wurde die Impfung dann irgendwo empfohlen, ja, für Studenten. Schwangere sogar auch. Ja, um Gottes Willen, ja, ab irgendwie, ne, also Vorsicht, ne, so, für Studenten und da wurde Druck ausgeübt. Ja, es war dann ab September 2021 war es klar, dass Studenten, die sich nicht impfen lassen wollten, Schwierigkeiten bekamen. Jedenfalls, sie mussten sich ständig testen. Soldatinnen und Soldaten in Deutschland. Immer noch, die Duldungspflicht ist immer noch, die ist noch nicht aufgehoben, ja, und mein Argument war damals, und damit bin ich auch an die Öffentlichkeit gegangen, wenn man also hier Personen dazu zwingt, ja, quasi durch Druck und wer weiß was, was dort dahinter steckt, alles noch aufgefahren wird, sich impfen zu lassen, dann übernimmt man aber auch Verantwortung für deren Gesundheit. Ja. Und es muss eine eben eigenständige Entscheidung bleiben, also ohne, ohne Zwang. Das ist eigentlich der, der, ja, die moralische Eigen, die moralische, der moralischen Status, Status ist nicht der richtige Wort, ne. Also das ist, ähm, äh, 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 es gehört sich einfach, dass jemand eben, also das selber entscheiden kann und nicht da halt, äh, zu gedrängt wird. Ja. Und damals hatte ich dann, äh, für, äh, ach gut, ähm, zwei Kurzgeschichten geschrieben, ja, äh, wie sieht denn, dass, die nannten sich, ähm, 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 ja, äh, zwei Unischicksale im Corona-Herbst. Ja, welche Szenen sich da wohl fiktiv abspielen würden, wenn das durchkommt, es ist durchgekommen und natürlich haben sich solche Szenen abgespielt. Wo es eben auch Studierende gab, die durch eine Krankheit bereits geschädigt waren, zum Beispiel eine Autoimmunkrankheit und dann Sorge hatten, dass das Ganze schlimmer wird. Und ich kenne auch persönlich solche Fälle, die dann, äh, zu den Ärzten gegangen sind. Ich würde gerne dafür eine Befreiung haben, aber da wurde ihnen gesagt, ach, mit der Autoimmunkrankheit dann erst recht. So. Ja, so war's. Aber jetzt können wir auch gerne... Dazu kommt, dazu kommt ja auch, ähm, dass die Verantwortung eigentlich seitens der Hersteller, ähm, auf die Länder abgegeben wurde. Also es wurde gesagt, ihr bekommt quasi den Impfstoff, aber nur, wenn ihr auch, ähm, quasi für mögliche Risiken und Nebenwirkungen die Verantwortung übernehmt. Ähm, das heißt letztendlich haftet nicht der Hersteller. Klar, ich stelle mir das vor, ähm, es kommt ein Autohersteller und sagt, ich würde ganz gerne in deinem Land meine Autos verkaufen. Aber wenn, das könnte explodieren, das könnte auch brennen. Ähm, 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 also die Haftung übernimmst dann du als Land, als Staat und nicht ich als Hersteller. Ähm, 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 das Ganze unter dem Deckmäntelchen, ähm, wir müssen das jetzt dringend machen, denn wir stehen, äh, vor einer, ähm, ähm, noch nie dagewesenen oder, äh, Pandemie, ähm, mit noch nie dagewesenem Ausmaß. Ja, ja, und, ähm, da vielleicht das noch als Ergänzung, ich, äh, bin nicht sonderlich tief in dem Bereich der Chemie drin, deswegen danke auch für das Gespräch. Ähm, ähm, ich habe mich eben durch meine Vorlesungen mit, äh, wissenschaftlichen Vorgehensweisen und Analysen beschäftigt und auch mit Statistik. Und wenn man so ein bisschen Statistiken tatsächlich lesen kann und sich näher damit beschäftigt, das war für mich übrigens der Punkt, wo ich sehr, sehr schnell, so nach, nach zwei, drei Wochen, ähm, ähm, ja, nicht belächelt habe, aber doch, ähm, sehr entspannt war, was dort passiert ist und dachte, naja, es wird bald Aufklärung passieren. Und dann kamen aber eben dieses, ja, diese, diese interessanten Gegebenheiten, dass quasi jedes Land nachgezogen hat und nichts falsch machen wollte. Aber dazu vielleicht noch später. Zum Herstellungsprozess würde ich dich ganz gerne nochmal fragen, und woher kommen jetzt genau die Gefahren? Ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, äh, wir wollen jetzt quasi diese RNA, die letztendlich diesen Spike produziert, oder? Ähm, diese wollen wir jetzt multiplizieren. Ähm, das Ganze läuft, glaube ich, relativ einfach über, über diese E. coli-Bakterien, die in so einem Fermenter gepackt werden, die vermehren sich dort. Man sagt dann, das ist gar nicht so gefährlich, wie wenn wir jetzt Viren produzieren müssten, denn da hätten wir ein riesen Sicherheitsproblem, also nicht Probleme, aber eben, wir müssen auf die Sicherheit achten, dass diese Bakterien nicht irgendwie entweichen. Ähm, es ist natürlich auch nicht, es geht nicht ganz so schnell, wenn ich das richtig verstanden habe. Und es ist auch viel teurer, wenn wir diese Viren, äh, vermehren. Das ist viel, viel einfacher, das über diese, ähm, E. coli-Bakterien zu machen. Wir quasi impfen denen diese RNA ein, also verbessere mich, wenn ich es falsch sage. Ähm, das läuft, glaube ich, über Plasmide. Vielleicht kannst du da noch mal... Okay, ich, 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 ich sage da, ich sage da natürlich eben, also gerne, ähm, was zu. Ja. Nur, ähm, die Haupt, das Hauptrisiko der Mod-RNA-Verimpfungen, äh, stammt meines Erachtens nicht aus dem Herstellungsprozess. Da kommen wir drauf, Verunreinigungen über den Herstellungsprozess stellen ein Zusatzrisiko dar. Das Hauptrisiko, das ist das, was wir gerade schon besprochen haben, ist die Produktion des toxischen Spike-Proteins, ein Fremdeiweiß von körpereigenen Zellen, die dabei vernichtet werden. Und wir wissen nicht, in welchen Mengen und wo und so weiter, das dem Zufall überlassen. Und das kann, wann ich schief gehen, sage ich. Ja, so, jetzt kommen wir zum Herstellungsprozess. Ganz ursprünglich gab es einen Herstellungsprozess, den Prozess 1, der ist aber nicht geeignet, um Millionen oder Milliarden an Impfdosen zu produzieren. Die haben da genügend Impfdosen produziert, voll synthetisch, ohne die Verwendung von, von Bakterien und so etwas. Das ist der biotechnologische Prozess. Das haben die verwendet, um die Impfdosen herzustellen für die klinischen Studien. Und das waren dann irgendwo in der Größenordnung, Moment, 45.000 Teilnehmer. Aber zuerst wurde ja die Hälfte überhaupt nicht geimpft und jeder sollte zweimal geimpft werden. Also man brauchte für den ersten Rutsch, brauchte man da irgendwo in der Größenordnung 45.000 Dosen. Ja, die konnte man darüber herstellen. Aber Massenproduktion eben nicht. Das heißt, die ersten Studien wurden mit einem komplett anderen Herstellungsprozess. Richtig. Und da wird natürlich also hier nachgefragt, auch von kritischen Juristen. Moment mal, ja, anderes Produktionsverfahren, anderes eben Qualitätsmaß. Und das Produktionsverfahren ist ja elementar, letztendlich. Ja, ist durchaus elementar. Ja. So. Dann Prozess 2 ist ein, basierend auf dem biotechnologischen Verfahren. Das ist der jetzige Prozess, wie wir eigentlich die Mengen herstellen. Das ist, du hast das schon eben also hier an sich sehr gut erklärt. Man startet dort mit einem Bakterium und bakterielle DNA, das ist die Erbinformation, die in Bakterien drin ist. Die ist also häufig in einer ringförmigen Struktur drin und das ist das sogenannte Plasmid. Und auf diesem Plasmid haben die verankert die genetische Information für die Produktion von Mod-RNA, die dann wiederum also hier den Bauplan darstellt, der später gebraucht wird. Also basierend auf dieser Teilstruktur kann man das quasi verwenden als Matrize, um eben diese Mod-RNA zu produzieren. Aber zunächst einmal hat man da in diesem Plasmid einmal die Information zur Produktion der RNA. So wie man sie eben haben will. Wie man sie später haben will. Man hat aber auch eben also hier natürlich weitere Informationen, die man benötigt, dass das Bakterium gebaut wird für Zellteilung und so etwas. Man hat da auch die Information drauf für eine Antibiotika-Resistenz. Warum? Naja, man produziert das Ganze in einem Fermenter. Man will ja dieses Bakterium vermehren in dem Fermenter. Und man hat da natürlich auch... Fermenter ist sowas, da macht sich auch Bier oder ich glaube... Ja, sowas eben. Ja, aber das ist schon so abgeschlossen. Sterilisiert abgeschlossen. Was man nämlich nicht will, ist, dass da andere Bakterien zum Zuge kommen und in dieser Nährlösung sich auch vermehren. Ja, die will man da garantiert nicht haben. Ja. Übrigens nicht ganz, ganz einfach so im kleinen Maßstab. Ja, also solche Kontaminationen zu verhindern. Kontaminationen durch Fremdbakterien oder sonst was. Ja. Und deswegen tut man auch ein Antibiotikum rein, gegen das wegen der Information, der Resistenzinformation auf dem Plasmid die Bakterien, die man hier vermehrt, immun sind. Ja, so. Die können sich lustig vermehren und andere fremde Bakterien eben also in der Regel nicht, weil die nicht immun sind gegen dieses Antibiotikum. Okay. Das heißt, irgendwann haben die sich vermehrt. Jetzt muss ich das Ganze wieder trennen, oder? Ja. Und dann muss man... Ja. Und dann muss... Dann trennt man es irgendwo ab. Durch... Müssen wir nicht in die technischen Details gehen. Die habe ich ja auch nicht eben. Also wir können sagen, die Plasmid-DNA wird quasi... Die braucht man. Die braucht man. Die braucht man. Und die braucht man. Die braucht man. Und mit Hilfe dieser Plasmid-DNA wird dann die RNA produziert. Und zwar, das ist die sogenannte In-Vitro-Transkription. Klingt eben hochtrabend, kommt aus dem Lateinischen, ist aber eben einfach zu verstehen. In vivo heißt im lebenden Organismus. Ja. Ja, da funktioniert das. Und In-Vitro heißt im Prinzip im Reagenzglas. Ja, also irgendwo technisch. Transkription, ich glaube, kommt von Transkribere. Ja, und Transkribere ist einfach Übersetzung. Ja. Das wird übersetzt. Also, von der einen Sprache, dem DNA-Text, wird es übersetzt in einen RNA-Text. Das ist die Transkription. Ja. Ja. RNA-basierend produziert, eben, eben, also über quasi das, diese DNA-Information als Matrize. Man kann sich das vorstellen. Das heißt, die wird multipliziert. Ja, das wird nämlich kettenweise abgelesen und immer wieder drangebaut. Ja, so. Okay. Und dann hat man das. Aber dann hat man natürlich eben ein Gemisch aus der Plastik-DNA und eben der RNA und was da sonst noch eben also drin ist. Und man möchte ja jetzt die RNA, die Mod-RNA sauber haben. Ja, wie isoliert man das? Also, man muss die trennen von den Bakterien? Ja. Ja, von Bakterien ist es im Grunde schon getrennt. Okay. Ja. Jetzt hat man da also im Wesentlichen, hofft man, nur die DNA und die RNA zu haben und noch ein paar... Aber die DNA soll ja eigentlich raus. Ja, die muss raus. Die muss raus. Aber jetzt hat das ja ähnliche Eigenschaften von der Polarität her. Ja, die haften durchaus aneinander. Ja, das ist ja auch mein Gebiet neben Synthese. Ja. Wie wechselwirken Veloküle miteinander? Da kann ich einfach sagen, ja, also die hängen ganz gut aneinander. Die sind nicht so einfach, als zu trennen. Und das Trennverfahren, was dort gewählt wird, man nimmt Enzyme. Das sind sogenannte DNAsen. Also, Ase ist irgendwie etwas, was was kleinschneidet. Kann man eigentlich so flapsig sagen. Die DNA wird dann kleingeschnitten. Ja. Und die hat eine gute Selektivität für halt DNA. Enzyme, die RNA kleinschneiden, das sind die RNAsen. Ja. Die schwirren übrigens überall, also in unserer Umgebung herum. Und man muss aufpassen, dass nicht also bei diesen ganzen Prozessen auch noch eben die RNA wieder kleingeschnitten wird. Man kann es aber nicht ganz verhindern. Also, dieser Reinigungsprozess, der darf nicht übertrieben lange dauern, weil auch durch verschiedene Einflüsse auch die RNA geschädigt wird. Ja. Ja. So. Und man schafft es, die DNA, also die DNA, die Plasmide zum größten Teil halt in kleinere Stücke zu schneiden. Ja. Und dann ist es im Wesentlichen eigentlich grob gesagt so ein Filterprozess. Die kleineren Stücke, die werden dann also hier durch das LOAD eben also hier ausgetragen. Und was übrig bleibt, das sind dann noch ein paar Restbestände von DNA und eben die RNA. Das heißt, wir können davon ausgehen oder die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr hoch, dass in diesen LNPs, also in diesen Lipid-Nanopartikeln, die ja später auch injiziert werden in den menschlichen Körper, dass dort durchaus auch Fragmente drin sein können, die DNA, aus DNA bestehen oder aber auch aus vielleicht falsch geschnittenen, korrigiere mich, wenn ich das falsch sage, RNA-Fragmenten. Ja, okay. Da kann ich dir und den Hörern natürlich auch eine ganz wichtige Information geben. Es gibt ja die festgelegten Spezifikationen für den Impfstoff. Und der ist, darauf hat sich da die Europäische Medizinische Agentur mit dem Hersteller geeinigt. Der Hersteller verspricht, bestimmte Spezifikationen halten wir ein. Das heißt, zum Beispiel, die Nanopartikel müssen in einem Größenintervall liegen. Das Größenintervall ist von 40 bis 180 Nanometer. Das sind riesige Unterschiede. Die haben also die Spezifikation nicht so eng gewählt. Von den Lipid-Bausteinen darf auch durchaus mal die doppelte Menge drin sein. Macht nichts. Können wir immer noch. Und verwenden. Also in normalen Medikamenten, also Aspirin oder so etwas, da wollen wir doch ganz genau wissen, wie viel ist das da. Stell dir vor, es wäre die doppelte Menge drin. Ja, hier geht man da ein bisschen freier mit um oder erheblich freier damit um. Und was uns als Chemiker in einem Team, haben wir ja immer wieder Fragen ans Paul-Ehrlich-Institut gestellt. Da kommen wir da wahrscheinlich gleich noch drauf. Was uns wirklich also absolut verblüfft hat und geradezu erschreckt ist, ja, die Spezifikation für die Mod-RNA heißt, mindestens 50 Prozent müssen intakt sein. Das heißt aber auch, nach dieser Regel darf bis zu 50 Prozent, ja, also nicht intakte, kaputte Bruchstücke, irgendwie geschehen. Wo wir überhaupt nicht wissen, dass wenn diese von der Zelle aufgenommen werden, was die da eigentlich produzieren, man hofft eben, dass... Wissen wir nicht, die produzieren, die sind ja nicht inaktiv, die produzieren wahrscheinlich auch irgendwelche Fremdeiweiße, mit denen dann unsere, ja, unsere Immunabwehr halt auch beschäftigt ist. Ja. Also man kann sogar, ich habe mich da auch ein bisschen kundig gemacht, ich hoffe, ich sage jetzt nichts komplett Falsches, aber wenn ich das richtig verstehe und es wird aus Versehen komplette DNA-Fragmente in diesen Lipid-Nanopartikeln verimpft, dann ist es durchaus denkbar, dass es hier durchaus, ja, durchaus auch Krebs verursachen, aber theoretisch auch verhindern kann, man weiß es eben nicht, es kann alles Mögliche passieren. Also da sind wir, da sind wir, schau, Daniel, da sind wir im spekulativen Bereich, ja, und das würde ich jetzt gerne, also in diesem Gespräch eher vermeiden. Ja. Wir bleiben einfach dabei, was wissen wir sicher, ja. Das sind zum Beispiel Immunantworten an der Injektionsstelle. Ja, sowieso, aber jetzt eben, also von dem, was mit den Verunreinigungen passiert, die Bedeutung. Was wir sicher wissen ist, ja, es sind diese DNA-Verunreinigungen drin. Ja. Ja, es gibt Grenzwerte für DNA-Verunreinigungen, aber diese Grenzwerte gelten oder sind, ermittelt worden für freie DNA. Hier geht es darum, dass diese ja eingepackt werden, auch in die Nanopartikel. Wissen wir das oder wissen wir das nicht? Da kann ich als Chemiker sagen, Moment, die Eigenschaften von dieser DNA sind so ähnlich, von der Polarität der RNA, dass natürlich diese künstlichen Lipide, die dafür geschaffen worden sind, das einzupacken, natürlich auch einfach eben also auch noch die DNA einwickeln. Das ist eine klare Sache. Und dann haben wir es doch mit was ganz anderem zu tun, wenn die DNA geschützt auch noch aktiv diese Bruchstücke in die Zellen reintransportiert werden. So, also was haben wir alles in den Zellen drin? In die Zellen werden appliziert einmal die DNA-Bruchstücke. Was die dann dort machen, wissen wir nicht. Ob die nun wirklich in den Zellkern auch noch eingebaut werden können, wissen wir nicht. Wird öfter behauptet, ich kann es nicht beurteilen, aber die gehören da nicht hin und es stellt irgendwo ein Risiko dar, ein Risiko unbekannter Höhe. Dann haben wir die kaputten RNA-Bausteine, die stellen ein Risiko dar, weil sie irgendwas ja auch machen. Also das heißt, die werden gelesen, genauso. Sie werden gelesen, da wird irgendwas produziert. Wenn sie nicht richtig gelesen werden, dann werden sie vielleicht auch übersprungen. Dann haben wir Fremdeiweiße, das mit dem Eiweiß da drin. Mit dem Überspringen, das ist jetzt wiederum eine andere Geschichte. Das ist die Sache mit dem ribosomalen Schiff. Der ist erst jetzt in die Community, in die Medien reingekommen durch eine Forschungsarbeit, die immerhin im Dezember, im vergangenen Dezember in Nature, also hier Superjournal, wo davor gewarnt wird, hier, da passiert Folgendes. Naja, wir haben ja diesen Nobelpreis gekrönten Baustein da drin. Ja, dieser Baustein hatte Vorteile, ja, für die Technologie, aber jetzt wird auch klar herausgearbeitet, er hat auch einen Nachteil, weil manchmal wird der beim Ablesen übersprungen. Nicht immer, aber man kann es nicht verhindern. Ab und zu wird er übersprungen. Und jetzt sollten wir uns vielleicht an den Biologieunterricht aus der Schule irgendwo erinnern, da hatten wir schon mal was gehört davon, dass immer drei von diesen Nukleotiden ergeben den Code für eine Aminosäure. Und das heißt, diese Fabrik will so ablesen, da sind jetzt drei Nukleotide, die ersten drei, das ist die erste Aminosäure, dann Nukleotid vier bis sechs, die zweite Aminosäure, eine andere, packen wir da dran, bauen wir dran. Und dann eben also hier sieben bis neun, das ist dann die dritte. Jetzt passiert aber gelegentlich Folgendes, dass, wenn jetzt zum Beispiel dieser Nobelpreisbaustein an erster Stelle dort steht und der mal übersprungen wird, dann wird abgelesen, ja, Nukleotid zwei, drei und vier, die ergeben dann eine Aminosäure. Das ist aber eine andere wahrscheinlich als vorher. Na klar ist das dann eine andere. Ja, so. Und die nächsten, da wird dann eben abgelesen, fünf, sechs und sieben. Das ist wieder eine andere Kombination. Das heißt, mit dem einen Ablesefehler, dem Überspringen, ist alles, was danach kommt, völlig was anderes als beabsichtigt war. Also ich kann es mir vorstellen, vielleicht wie eine Telefonnummer, wenn ich die ersten drei Stellen eben weglasse und vielleicht sogar, ja, und dann wähle ich halt die nächsten und dränge nochmal drei dran, hinten dran, komme ich einfach woanders raus, als bei der Person, wo ich eigentlich hinwollte. Ja, genau. So ist es. So. Und wenn man dann also den Falschen anruft und bekommt Ärger, ja, so. Und genauso ist es hier. Ja, was könnte zum Beispiel passieren? Naja, dass da halt irgendwo eine Aminosäure-Sequenz, so das nennt man da, ein Peptid produziert wird, das irgendwo auch körpereigenen Strukturen ähnelt. Und dann wird die Immunabwehr darauf trainiert, dieses Eiweiß, was ja in dieser Zelle produziert worden ist und das genauso dann angegriffen wird und zur Immunabwehrreaktion führen würde, wie eben die eigentlich beabsichtigte Produktion des Spike-Proteins. Naja, dann wird die Immunabwehr auf ein bestimmtes Protein dort oder eine Teilstruktur davon trainiert. Und wenn jetzt also rein zufällig vielleicht da körpereigene Strukturen da ähnlich sind, dann werden die später dann auch angegriffen und so könnte dann so eine autoimmune Komplikation entstehen. Ja, so, was wir jetzt dort haben, jetzt kommt ja noch etwas hinzu, dann haben wir ja noch diese Nano, diese Lipide, die das einpacken sollen. Ja, also das Wichtigste dabei hat das Kürzel ALC 315 ist das. Ja, und das ist so ein Erlebnis von unserem Chemikerteam gewesen. Das war im Februar 2022. Dann haben wir mal nachgeguckt, das Sicherheitsdatenblatt, das ist so der Beipackzettel für so eine Chemikalie. Genau, macht die Chemikalie nochmal genau. Das war ALC 315. Das ist dieses Lipid, was also ganz besonders wichtig ist zum Einpacken der RNA und dann ungewollterweise auch DNA-Fragmente einpacken. Ja, so, dieses Zeug haben wir mal nachgeguckt, wie denn das vom Sicherheitsprofil eingeschätzt wird. Kann man einkaufen, einfach, das stellt jemand her, das kaufe ich zu. Ja, also Chemiker oder Firmen, die dürfen das erstellen. Ja, so, und dann kriegt man ja hier da das Sicherheitsdatenblatt. Was muss man beachten? Also Vorsichtshinweise. Ja. Naja, und da steht drin, erzeugt halt durchaus Entzündungen. Also Vorsicht, sollte nicht an Schleimhäute und sonst was geraten. Ja, und dann steht da auch noch, may cause cancer. Es könnte Entstehung von Krebs erzeugen, also hier fördern. Ja, und ich sag mal, wenn also Mitarbeiter im Labor, wenn wir so etwas kaufen würden, ja, und arbeiten damit, dann würden wir höchste Vorsichtsmaßnahmen ergreifen. Und der Chemiker, der damit also hier beruflich zu tun hat, hat dann auch den Anspruch, ja, dass seine Arbeit mit dieser Substanz in das nationale Krebsregister eingetragen wird, wo für 30 oder 40 Jahre das festgehalten werden muss. Und der hat damals damit gearbeitet, weil wenn dann später irgend so etwas auftritt, dann ist möglicherweise als Berufsunfall oder so etwas klassifiziert, ja. So, und da stellen wir fest, das steht da drin, ja. Und dann haben wir mal nachgefragt, also hier bei der Firma haben wir als Chemiker die angeschrieben, damals Anfang Februar 2022 und mal nachgefragt, wie steht denn das da. Können wir mal also da die entsprechenden Untersuchungen sehen, ja. Und wupp, zwei Wochen später, Neufassung, da war das weg. Also Entzündungen, ja, stand da noch. Aber das mit dem, mit dem potenziell krebserregend, also May-Course-Cancer, hatten die daraus gelöscht. Natürlich haben wir dann noch nachgefragt, ja, gibt es jetzt hier irgendwo, ne, Untersuchungen, die belegt haben, dass es nicht der Fall ist, aber wieso war es dann zuerst eben, also stand es da drin, woher kommen diese Ergebnisse? Wir haben keine befriedigende Antwort erhalten, aber zur Beruhigung trägt das natürlich nicht bei. Also so eine Substanz haben wir ja auch dann noch drin. Also nochmal, DNA-Fragmente, dieses Lipidzeug ist in der Zelle drin, es werden Fremdeiweiße gebildet und das würde ich gerne anschaulich da erklären, wir haben es mit einem chemischen Kuddelmuddel zu tun in den körpereigenen Zellen und man hofft einfach, dass die Sache gut ausgeht. Okay. Ja, verrückt. Ja, und noch was, wenn ganz wichtig dabei ist, ich betone immer, das Grundrisiko ist die Produktion des toxischen Spikes irgendwo im Körper. Also selbst wenn die Firmen jetzt ankommen und sagen, ja, wir haben das produktionstechnisch gelöst, wir haben keine DNA-Verunreinigungen drin, ja, und den ribosomalen Schiff haben wir durch irgend so eine Modifikation an diesem Nobelpreisbaustein doch noch unterdrücken können. Die Grundgefahr, über die wir gesprochen haben, bleibt dabei erhalten. Aber diese Verunreinigungen konnten ja wohl auch nachgewiesen werden, oder? Wenn ich das richtig bekommen habe, auch aus den Fachmedien, aus der Fachpresse, das ist kein Geheimnis. Ja, also die wurden, die DNA-Verunreinigungen wurden erstmals in den USA nachgewiesen und eben sind die an die Öffentlichkeit gegangen, halt, was ist denn da irgendwo drin? Ja, wir wissen inzwischen auch, es hat durchaus auch Korrespondenz zwischen der EMA, der Europäischen Medizinischen Agentur, und Pfizer-BioNTech gegeben zu der Problematik, die war also nicht unbekannt, ja, und in, die haben sich aber letzten Endes, also es wurde angemahnt, hier, da muss doch irgendwo was getan werden, naja, aber man stand irgendwo unter Zeitdruck und es sieht so aus, dass es dann halt geduldet wurde, ach, dann lassen wir das eben drin, ja. Und in Deutschland hat Frau Professor König aus Magdeburg in ihrem Labor auch eben nachgewiesen, viel hundertfach von dem Grenzwert, der eigentlich aber auch nicht diese Bedeutung hat, weil eingepackt dürfte das viel gefährlicher sein und der Grenzwert müsste viel tiefer liegen oder vielleicht also ganz bei Null. Die hat das gefunden und damals gab es dann diesen MDR-Beitrag, der aus der Mediathek dann nach drei Tagen verschwunden ist, ja, wo der MDR halt das brachte mit eben, also hier Frau Professor König, was die dort gefunden hat. Ja, und dann kamen halt die eigentlich Verantwortlichen, die diese Untersuchung hätten machen müssen, nämlich Paul-Ehrlich-Institut, also in Deutschland ist das Paul-Ehrlich-Institut dafür zuständig für die Impfstoffsicherheit, aber auch für die Zulassung von solchen Impfstoffen. Und die sagten, ach, hier, die hat bestimmt da einen Fehler gemacht, dort einen Fehler, da kann man viele Fehler machen und vieles ist unklar und das ist ja jetzt auch nicht in einem, ja, begutachteten Journal und das müssen wir nicht ernst nehmen. Also das ist schon ziemlich dreist, dass eine solche Behörde hingeht. Das Paul-Ehrlich-Institut ist zuständig auch für die Überwachung. Ja, auch für die Überwachung, für die Impfstoffsicherheit, ja, für Sammeln von Daten gibt es eben Nebenwirkungen, Schäden, ja, und für die Zulassung. Ja, dafür sind die zuständig und die behaupten also... Wie wird wirklich, weißt du da genaueres drüber, wie diese Überwachung genau läuft? Also ich... Was die jetzt überwachen, da kommen wir gleich gerne eben zu. Aber ich möchte an der Stelle betonen, der Frau König wurde vorgeworfen, ach, die hat falsch gemessen, und zwar von Leuten, die gar keine Messungen machen, es auch zugeben, dass sie keine Messungen machen und die eigentlich hätten machen müssen. Ja, so, jetzt denkt man, Paul-Ehrlich-Institut klingt ja schon eben also irgendwie sehr positiv. Und das Paul-Ehrlich-Institut hat mit Sicherheit eben also in den 100, 120 Jahren des Bestehens also hier sehr viele Verdienste um die Gesundheit der Menschen da gehabt, ähnlich wie das Robert-Koch-Institut, ja, die auch so für die Gesundheitsüberwachung tätig sind. Aber man darf nicht vergessen, es handelt sich um politisch weisungsgebundene Behörden. Die kriegen ihre Befehle aus dem Gesundheitsministerium. Okay. So, und was überwachen die denn jetzt eigentlich hier jetzt konkret? Naja, also die sollten... Ich glaube, die gucken sich die Flasche an, ob sie verfärbt ist. Also wir wissen aus der Aussage in einem Prozess, wo es um die Impfpflicht oder Duldungspflicht für Impfungen bei Soldaten ging, da gab es die klare Aussage, und das kann man natürlich auch in den Gerichtsakten danach lesen, der Mitarbeiter, verantwortliche Mitarbeiter des Paul-Ehrlich-Instituts, hat dort gesagt, ja, wir testen vier Größen. Das Erste ist, Augenschein, die gucken nach, ob da irgendwas Trübes oder sonst was drin rumschwimmt. Die nehmen dafür noch nicht mal ein Fotometer. Das war übrigens damals der Einstieg von uns Chemikern. Uns war aufgefallen, dass im Beipackzettel irgendwo angegeben war, korrekterweise solle das Weiß-Grau sein, diese Suspension oder so etwas. Wobei wir gesagt haben, Moment, die Nanopartikel haben eine bestimmte Größe, Größenverteilung, da müssten eigentlich bestimmte Farbeffekte zustande kommen. Und dann haben wir bei denen mal nachgefragt, seht ihr nicht diese Farbeffekte? Ihr müsstet doch einen Fotometer einsetzen. Und dann stellte sich damals heraus, das interessiert die überhaupt nicht. Das haben die gar nicht auf dem Schirm. Das ist denen egal. Also hingucken, sieht gut aus, passt schon. Als nächstes wird der pH-Wert gemessen. Ja, der muss irgendwo so halbwegs im Neutralen sein. Das ist dann auch wieder so in einem bestimmten Bereich. Das, was ich schon gesagt hatte, das sind die verlangten Spezifikationen. Aber der pH-Wert, das wäre ja, wenn ich sage, ich habe eine 100 Meter lange Parklücke, passt mein Auto rein. Ja, alles gut. Ja, so, dann wird getestet, ob überhaupt die RNA drin ist, die man haben will. Wahrscheinlich ist das irgendwo so ein Antikörpertest, der erkennt, aha, ja, das, was wir haben wollen, ist drin. Aber nicht quantitativ. Das heißt, es wird geschaut, ist sie vorhanden. Ja, ist sie drin. Ja, nicht quantitativ. Dann allerdings über ein Verfahren, das ist das einzige ausgefeiltere Verfahren in diesem Ganzen, was die da überhaupt machen, über Gelelektrophorese wird abgeschätzt, welcher Prozentsatz hat denn da die richtige Länge von der RNA, die wir da eigentlich finden sollten. Und der Prozentsatz sollte halt größer als 50 Prozent sein. Das waren die 50 Prozent. Alles Weitere ist nur auf dem Papier sind die Daten, die die von den Herstellerfirmen, von jetzt speziell einer Herstellerfirma für Combinati, halt bekommen, die gehen auch nicht los, dass sie eigenständig mal eine Probe ziehen. Ja, all das wird nicht gemacht. Also in der Lebensmittelbranche, da kommt dann auch mal eine Behörde hin und nimmt mal Proben und untersucht die. Nein, das wird dort alles nicht gemacht. Das, was ich jetzt gesagt habe, diese vier Tester sind die einzigen. Jetzt kommt noch eine kleine Anekdote. Könnte man drüber lachen, aber die Sache ist ja eben also hier so ernst. Im Juni vergangenen Jahres hat ja unser Minister, Gesundheitsminister Lauterbach das Paul-Ehrlich-Institut besucht. Und von seinem Besuch hat er dann auf Twitter eine Meldung gesetzt, ein Bild von ihm im Labor mit drei Laborantinnen und halte dem Chef des Paul-Ehrlich-Instituts, ja, und er schreibt, dies ist das Labor, wo die Wirksamkeit des Impfstoffes getestet wird. Und dann mit dem Zusatz, danke, Pai. Ja, also danke, Paul-Ehrlich-Institut. Die Wirksamkeit testet die Wirksamkeit. Die Wirksamkeit testet die Wirksamkeit. Und dann haben wir uns gefragt, in unserem kleinen Chemiker-Team, wie zum Teufel testen die die Wirksamkeit? Spannend. Welchen Schnelltest gibt es da? Und jetzt kann man ja denken, okay, Lauterbach hält also eine Menge Reden, ja, hat er da vielleicht also hier irgendwas wieder losgelassen? Nein, also Lauterbach hat in diesem Fall sich nichts ausgedacht. Er hat einfach tatsächlich das gebracht, was die ihm dort vermitteln wollten. Und das wissen wir daher. Das Foto, was der Minister dort ins Internet gestellt hat, ist ein hochauflösendes Foto. Und das haben wir uns runtergeladen, vergrößert. Und im Hintergrund ist dort so ein typisches wissenschaftliches Poster. Und da steht dann auch irgendetwas drauf, nämlich tatsächlich Test der Wirksamkeit. Ja, wir konnten aber nicht entziffern, wie das dort funktioniert. Naja, wir gehen einfach davon aus, die sagen, ja, die Wirksamkeit bestimmter Strukturen, ja, Einheiten ist ja bewiesen. Ja, wir brauchen nur die Identität. Und das sind halt diese vier Überprüfungen. Das ist es gewesen. Und natürlich haben wir dann mal wieder ein Schreiben an das Paul-Ehrlich-Institut gesendet, auch wieder in die Medien gegeben, parallel in der Regel Berliner Zeitung hatten wir das gemacht, die uns da begleitet haben. Und haben beim Paul-Ehrlich-Institut nachgefragt, ja, bitte erklärt uns doch mal, wie funktionieren denn diese Tests? Wir würden gerne mal was dazulernen. Test auf Wirksamkeit. Ja, der Test. Der Test auf Wirksamkeit. Und wir haben natürlich keine Antwort gekriegt, wie immer. Nichts? Nichts. Da reagieren die nicht mehr drauf. Also uns antworten die nicht. Die antworten auch mittlerweile in der Regel nicht mehr der Berliner Zeitungen, die man denen nachfragt. Ja. Gehen komplett auf Tauchstation. Okay. Ja. Ja. Spannend. Da anknüpfend vielleicht. Ja. Viele werden sich jetzt fragen, wie konnte das alles so passieren? Wie ist es dort dazu gekommen? Kannst du oder hast du eine Idee oder kannst du eine Aussage treffen, wo sind wir gescheitert? Was hätten wir anders machen können, vielleicht als uns die erste Nachricht über das neue Corona-Sars-CoV-2-Virus erreichte? Also, ich habe ja vorhin schon gesagt, gehörte irgendwo zu denjenigen, die da vorsichtig sind und das beobachten. Ja, hätte ja, wer weiß was, eintreten können. Ja. Trotzdem, also Angst ist garantiert kein guter Ratgeber. Vorsicht, ja, aber nicht halt Angst. Und die Lockdowns hätten in der Form damals nicht laufen können. Also, ich hätte ja noch eben ja gesagt, okay, wir halten uns jetzt mal landesweit mal ein oder zwei Wochen zurück. Aber was dann kam, war ja eine Katastrophe. Und das wäre eben auch mein Ansatz gewesen, tatsächlich zu sagen, wir sind unsicher, wir wissen nicht, was kommt. Wir wollen aber auch nicht die Meinungen von allen anderen übernehmen. Wir sind erst mal vorsichtig. Spätestens als die Impfstoffe kamen, hätte man ja sagen können, toll, dass es Menschen gibt, die sich nicht impfen lassen wollen. Denn die kommen direkt in unsere Kontrollgruppe, ja. Da haben wir 100 Leute, die lassen sich nicht impfen. Dann nehmen wir eine Kontrollgruppe, die wollen sich eben unbedingt impfen lassen. Und dann, so sehe ich das jetzt wieder, aus wissenschaftlichen Standards, nehme ich nochmal zusätzlich eine Kontrollgruppe, die gar nicht wissen, was sie bekommen. Nämlich entweder die bekommen den Impfstoff oder sie bekommen eben keinen Impfstoff. Auch das glaube ich, wir wissen ja, es gibt solche Effekte wie Placebo-Effekte. Ich bekomme jetzt etwas, ich gehe zum Arzt, natürlich fühle ich mich dann besser. Meine Resilienz, also ich bin standhafter, ich bin positiv, ich schaue positiv in die Zukunft, weil ja auf der anderen Seite auch ganz, ganz viel Angst aufgebaut wurde. Ich denke, wir müssen hier hochgradig wissenschaftlich vorgehen. Was ich nicht verstehe, auch hier im eigenen Land, es wurde einfach nicht gemacht. Wissenschaftliche Standards wurden komplett beiseite geschoben. Jetzt kann man sich fragen, warum? Kommt es aus Unwissenheit? Kommt es aus Panik? Kommt es aus Inkompetenz? Schlichtweg auch aus Angst? Alle anderen machen Panik, machen Angst. Ich habe selber auch als Politiker vielleicht Angst, etwas falsch zu machen. Also mache ich es lieber genauso wie alle anderen. Da stellt sich bei mir eben die Frage, wo ist da die Verantwortung? Spielt alles irgendwo eine Rolle. Gehen wir noch mal zu dem, ja, Angst. Also Angst ist ein schlechter Ratgeber. Und es ist ja auch eben massiv Angst gemacht worden. Durchaus bewusst. Es gab ja halt also da quasi Marketingabteilungen im Hintergrund. Wie kriegen wir dazu, dass wirklich eben alle sich da irgendwie impfen lassen? So, nur, jetzt wird der eine oder andere Zuhörer oder Zuschauer sich ja auch eben also fragen, ja, Moment, diese Stapel von Särgen, die habe ich ja nicht geträumt. Ja, also Bergamo, da gab es ja halt also hier Riesenstapel, ja, oder ich weiß jetzt nicht, in welchem deutschen Bundesland das war. Da war dann auch irgendwo beim Bestattungsinstitut, ja, hier, da stapelt sich alles, ja. So, nur ein wesentlicher Faktor von der Geschichte, jedenfalls da an der Grenze zu Tschechien, na ja, wir hatten in Deutschland eine Menge Krematorien abgebaut. In Deutschland ist das halt teurer als in Tschechien, ja. So, und alle, die in den grenznahen Gebieten, ja, da wurde ja dann das exportiert. Und die Einäscherung fand in Tschechien eben statt, ja. Ja, wenn die aber die Grenze dicht gemacht haben, ja klar stapelt es sich dann da. Ja. Und ähnliche Effekte hat es damals auch in Italien gegeben. In Italien ist mir aufgefallen, weil so bin ich drauf gekommen, indem ich Statistiken verglichen habe und auch mich ein bisschen informiert habe. Dort gibt es ja schon, da hat auch die Deutsche Ärztezeitung, glaube ich, sogar drüber berichtet, haben ein Riesenproblem mit Krankenhauskeimviren. Das heißt, es ist natürlich auch ein bisschen problematisch, wenn ich jetzt ältere Menschen nun ausgerechnet ins Krankenhaus schicke, um sich vielleicht dort testen zu lassen oder auch dann später impfen zu lassen. Also es gibt unterschiedliche Effekte, die hier mit einspielen können. Fakt ist, und das ist, glaube ich, ganz wichtig, es war zu keiner Zeit irgendeine Intensivstation überlastet. Und im Nachhinein sieht man auch in den Statistiken keine besonders hohe Übersterblichkeit im Jahre 2020. Das kann man auch festhalten. So, und vom Verhalten, ich meine, es sind politische Entscheidungen gewesen und wo schauen denn Politiker drauf? Auf Umfrageergebnisse. Die Zustimmung zu Politikern, der Beliebtheitswert von Politikern, stieg massiv an dadurch, also für diejenigen, die dann zu einem bestimmten Zeitpunkt gesagt haben, wo die Angst schon da war, ja, jetzt tun wir was. Lockdown und sonst was. Wir müssen jetzt handeln. Also dieses Stärkesteil. Euch Sicherheit beschützen euch. Das ging dann nach oben. Ja, und das machen dann natürlich eben, also ihr viele gerne nach. Ja, also Schweden hat die Kontenanz bewahrt, wie wir eben also hier wissen, obwohl der dortige zuständige Gesundheitsminister oder wie immer der dort genannt wird, also hier sehr in den Fokus. Und dann haben die gesagt, was macht der denn für einen Wahnsinn oder so. Der hat sich nicht an diesen Lockdowns und so beteiligt. Ja, aber am Ende standen die natürlich eben also wesentlich besser da. Und dann gehen wir mal jetzt also hier, erinnern wir uns zurück an Januar, 2021, Januar, Februar. Da ging das da mit den Impfungen halt los. Erst eben also an Altenheimen und natürlich auch medizinisches Personal. Ja, und in der Zeit, damals hat das Paul-Ehrlich-Institut eine Videopressekonferenz gemacht. Und eine Mitarbeiter hat da ganz klar drin gesagt, das findet man immer auch noch im Netz, innerhalb der ersten zwei Wochen hatten die zehn Verdachtstodesfälle gehabt dabei. Ja, und davon war aber später nicht mehr die Rede. Es gab verschiedene, also es sind sehr viele, wissen wir, also auch aus Dänemark, aus einer dänischen Studie, dass am Anfang sehr, sehr viele Meldungen von durchaus erheblichen Nebenwirkungen eingegangen waren. Ja, aber man hat nicht reagiert, man hat es weiterlaufen lassen. Tja, also von Politikseite wurde ja auch gesagt, die Impfung ist der einzige Weg raus aus dieser Pandemie, aus den Lockdowns. Ja, und als dann halt freigegeben worden war, schrittweise erst für die Älteren, und dann für die Jüngeren, mag sich der eine oder andere noch dran erinnern, dass man damals also hier hunderte von Anrufen machen musste, ja, bis man überhaupt durch die Leitung durchkam. Und damals stand dann auch in den Medien, ja, für manche ist das ein Wettlauf gegen den Tod. Und da muss man sich jetzt vorstellen, okay, und dann merken die, ja, hier ist doch etwas, also hier ziemlich unsicher, ja, oh, das könnte vielleicht doch gefährlich sein, die Leute sind in Panik, und dann haben sich natürlich auch eben die Politiker nicht getraut zu sagen, ach, halt, stopp, da gehen wir nicht weiter. Ja, wir müssen jetzt erst mal noch irgendwelche Untersuchungen abwarten. Ja, und dann gucken natürlich auch auf Vorbild andere Länder, und dann ist das hier irgendwie so der Herdentrieb. Das stelle ich mir jedenfalls vor. Ja. Ja, aber natürlich hätte man damals eben also hier innehalten müssen, aber das Gegenteil passierte ja. Es wurde geradezu tabuisiert, überhaupt über Nebenwirkungen zu sprechen, offiziell verlautert praktisch nebenwirkungsfrei. Ja, aber jetzt mal von der Logik. Ja. Ich hatte damals auch durchaus eben also hier respektable Leute, die eigentlich ansonsten klar denken können, ja, die dann in der Öffentlichkeit sagen, ich möchte nicht mit einem Ungeimpften in einem Raum sein. Ja, Moment. Entweder seine zwei oder drei Impfungen taugen, was? Dann, was soll das dann? Ja, oder die taugen nichts. Ja, also da ist ja irgendwo eine in der Logik eine Inkonsistenz drin. Absolut, absolut. Ja, ich denke gerade auch, natürlich haben die Medien auch ihren Teil dazu beigetragen, irgendwo, ja, Dinge nur in eine Richtung, sage ich mal, ihre Berichte darauf auszulegen. Ich sehe nach wie vor eben diese ganze Thema Impfstoffe, 2G, dieser indirekte Impfzwang, jetzt eben auch die Verunreinigung von Impfstoffen, was jetzt so langsam mal ans Tageslicht kommt. Aber vorher gab es doch, war doch die Berichterstattung durchweg darauf ausgelegt, Angst zu machen, Panik zu verursachen, was sicherlich bei vielen Menschen auch einen gewissen Kontrollverlust tatsächlich hervorgerufen hat. Ja, und ich weiß nicht, wie du das siehst, aber insbesondere Kinder. Ich habe selber mitbekommen, wo Eltern, Kindern wirklich Angst gemacht haben, du darfst nicht zur Oma, zum Opa, die werden wegen dir sterben. Du musst Abstand halten, du musst Masken aufsetzen in der Schule. Es wurden teilweise Schülerinnen oder Schüler vor der Klasse bloßgestellt, die zum Beispiel einen Maskenattest hatten, weil sie eben Asthma haben oder Atembeschwerden, teilweise auch, also ich kenne es von mir selber, ich musste einmal eine Maske tragen bei einer Präsentation. Ich hatte wirklich Beklemmungen dahinter. Aber jetzt ist es insbesondere bei Kindern, oder? Wir haben ja eine gewisse Auswirkung. Also die haben diese Angst, diese Panik erlebt. Wir haben sie damit konfrontiert. Ich sehe ganz, ganz viele Probleme da noch auf uns zukommen in der Folge. Also man setzt ja eigentlich so im Alter bis zehn Jahre, wären eigentlich auch die grundlegenden Dinge, was eben psychische Erkrankungen später mal angeht, gelegt. Also ich glaube, wir werden da noch mehrere Probleme beobachten, die auf uns zukommen werden. Das wird noch eine Menge Folgeprobleme geben. Wir sehen es auch am Lernstand von Schülern, die drei Jahre unter Corona-Bedingungen beschult worden sind. Die haben da sehr viel verloren. Der ganze psychische Druck. Also halten wir doch einfach fest, es ist furchtbar, was gerade diesen jungen Menschen angetan worden ist. Aber es ist auch furchtbar, was vielen älteren Menschen angetan worden sind. Wie viele sind irgendwo alleine halt verstorben, weil die Verwandten wurden nicht zu ihnen zu Besuch gelassen. Also was da abgelaufen ist, halte ich für zum Teil absolut unendlich. Was ja auch Probleme bei dem Hinterbliebenen mit sich, die sich ja nicht verabschieden konnten. Und mit all diesen Vorsichtsmaßnahmen, die dort gemacht werden mussten und die ganz klar Überlastung von Pflegekräften, die sind sowieso immer überlastet gewesen. Dann immer diese Schutzmaßnahmen und so. In England ist das zurzeit durchaus ein Thema. Wie viele ältere Menschen sind einfach dadurch verstorben, dass niemand mehr Zeit hatte, dafür zu sorgen, darauf zu achten, dass die genügend Flüssigkeit zu sich nehmen. Ja, allein das schon. So, Gerald, jetzt kommen wir zur entscheidenden Frage. Wie geht es in Zukunft weiter? Wollen wir den Pandemievertrag der WHO unterschreiben? Soll in Zukunft, nachdem ja doch ein paar Politiker vielleicht überfordert waren, wollen wir diese Entscheidungsmacht oder, nicht die Entscheidungsmacht, aber wollen wir in Zukunft die WHO entscheiden lassen, was ist eine Pandemie, wann ist die Pandemie, was muss gemacht werden? Übrigens auch, was ist wahr, was ist falsch? Auch das steht in den aktuellen Entwürfen der Pandemieverträge. Wie siehst du, wie stehst du dem gegenüber? Um Gottes Willen. Ganz klar, um Gottes Willen. Also bloß nicht der WHO zu viel Macht dagegen. Am besten eigentlich gar nicht. Die sollen beratende Funktionen haben, sonst eben also hier nichts. Zumal wir ja kein demokratisches mischbare Recht haben. Was ist überhaupt die WHO, die World Health Organization, die Weltgesundheitsorganisation. Es ist ein zu weiten Strecken privat finanziertes Unternehmen. Ja, das ist jetzt nicht irgendetwas, wo wir sagen, oh, das ist jetzt hier demokratisch und da sind jetzt die Besten der Besten und die Klügsten, die da irgendwo entscheiden. Nein, da ist also hier viel an Beeinflussung noch drin von finanzkräftigen Leuten. Also die irgendwie auch was mit Pharma verbandelt sind und so. Aber brauchen wir jetzt ja eben also keine Namen nennen. Es ist egal, es ist privat. Und man sollte also hier die staatliche Souveränität nicht in private Hände abgeben. Ja, klare Sache. Haben wir es uns vielleicht angewohnt, dass wir ganz gerne Kompetenzen abgeben? Also brauchen wir vielleicht auch wieder mehr kompetenzbasiertes Regieren? Also wirklich Menschen, die wissen, was sie tun. Würdest du sagen, dass diese Menschen vielleicht auch gefehlt haben? Oder dass... Also all die. Also jetzt wurde ja gesagt, ja, hier unsere allerbesten Virologen sollten entscheiden. Ja, die hatten ja nun extrem Einfluss, obwohl es da halt verschiedene Verbindungen untereinander und Absprachen auch gegeben hatte. Es ist ein Fehler, halt das Management quasi und die Beratung ausschließlich in die Hand von Virologen zu geben. Da sollten dann auch andere evidenzbasierte Mediziner dabei sein, ja. Kinderpsychologen, ja. Und andere eben Fachleute hätten auch da ein Mitspracherecht. Das Thema Risikoabschätzung. Ja. Und letzten Endes, es muss immer dem Bürger überlassen werden. Also impfen, wer will, aber dann bitte auch auf, ja, halt entsprechenden Informationen, frei zugänglichen Informationen, vor allem nicht eine Gegenmeinung, kritische Meinung von vornherein verteufeln. Es hat ja nun auch genügend Experten gegeben, die Zeit ihres Lebens, also hier wirklich immer als honorige Person galten und dann plötzlich, wer weiß, wie verteufelt wurden und gerade welche von denen haben jetzt am Ende, wie wir wissen, Recht behalten. Und das ist doch auch ein Beispiel, wo wir sehen können, Moment, also in der Wissenschaft ist es ganz essentiell, dass diskutiert wird, dass auch Zweifel geäußert werden können. Jede, jede sachlich begründete Frage, ja, der muss nachgegeben werden, die muss beantwortet werden, ja. Aber Antwortverweigern, sogar bei manchen Dingen schwindeln, wo wir wissen, hier, da liegen die Zahlen vor, ja. Also mittlerweile ist es ja so, dass hier Pfizer vieles zugegeben hat, wo dann Paul-Ehrlich-Institut sagt, nö, die Information gibt es nicht. Ja doch, liegt doch vor, auch denen, uns liegt es vor, auch denen, ja. So, nicht die Messungen machen, nicht die Daten sammeln, die eigentlich zur Beurteilung der Lage nötig ist. Also ich bezeichne sowas als eine wissenschaftliche Insolvenzverschleppung, was da abgelaufen ist. Und vor allem darf es nicht sein, dass ein paar wenige bestimmen, so ist es und jetzt müssen dann alle nachfolgen. Wie oft hatten wir dort gehört, diesen Spruch, Volk der Wissenschaft, ja. Nee, der Wissenschaft folgen ist also dem Ratschlag der Wissenschaft ernst nehmen. Ja, das ist eine gute Idee, aber blind da folgen, keineswegs. Wer soll denn das sein? Es gibt kein Wissenschaftsparlament, was jetzt abstimmt. Ich denke, ja, ich bringe dir mal ein Beispiel, ja, wo Abstimmungen stattgefunden haben. Beispielsweise bei der Challenger-Katastrophe. Ja, damals wurde abgestimmt, also die Politik hatte großes Interesse daran, dass der Staat stattfindet. Also in den USA, es war ja zum ersten Mal, dass eine Lehrerin aus der Umlaufbahn eine Unterrichtsstunde machen sollte. Ja, und das war alles dann schon im ganzen Land geplant, in allen Schulen. Dann ist die Stunde, wo die Lehrerin das machen wird. Ja, so, und dann kamen halt diese richtig kalten Nächte und es gab zwei Ingenieure, die also bei der Lagebesprechung gesagt haben, hm, hier, an der Stelle haben wir eine Schwachstelle und wir können also nicht sagen, ja, Staat freigeben bei diesen Temperaturen. Das ist nicht sicher. Und dann hat es eine Abstimmung gegeben, ja, und klar, die Mehrheit war dafür, das können wir doch nicht machen. Doch nicht wegen dieser paar Dichtungsringe, die werden schon durchhalten. Naja, und das Ergebnis haben wir gesehen. Da ist auch so eine Abstimmung gewesen, 30 zu 2 oder irgendwie so etwas. Merken wir uns mal, ja, also immer dann, wenn Politik und Wissenschaft irgendwie miteinander verwoben sind, dass es ein politisch gewünschtes Ergebnis gibt, was auch finanziell dann Forschung in diese Richtung gefördert wird, ja, dann ist also hier wirklich Vorsicht angebracht. Ja, vielleicht, es gab ja eine Zeit, da hat uns Politik, also gerade in Deutschland, kaum belästigt. Also, wir schaffen das. Also, es ist ja eigentlich gar nichts passiert, ja, und plötzlich kommt nun ein Ereignis, was die Leute aufweckt und vielleicht wusste auch die Politik gar nicht so genau damit umzugehen und wurde vielleicht auch tatsächlich von so einer Situation auch überrascht. Und mir stellt sich dann nur die Frage, wenn hier eine gewisse Unfähigkeit da ist, zu reagieren und die richtigen Menschen ins Boot zu holen, wo ist sonst noch die Unfähigkeit da? Und für mich, um jetzt trotzdem am Ende von unserem Gespräch so die Frage, wo sind wir tatsächlich gescheitert, kann uns auch scheitern voranbringen. Ich glaube, wir haben gelernt, genauer hinzuschauen und ich hoffe, dass es noch mehr Menschen beherzigen oder sich klar vor Augen führen, dass man Demokratie oder die Grenze zur Demokratie quasi, also man muss die Grenzen immer gut bewachen, sonst landet man ganz, ganz schnell in anderen Situationen, wo auf einmal der Staat einem befiehlt, wie zum Beispiel in kommunistischen Regimen oder in anderen Regimen. Deswegen glaube ich, die Bürgerinnen und Bürger müssen ihre Aufgabe auch erfüllen und genau hinschauen. Die Frage stellt sich auch, also hier, wir alle sind ja doch etwas überrascht, also die auch die Zeit kritisch betrachten, also das, was da abgelaufen ist, das hätten wir uns eben also in den Albträumen nicht vorstellen können. Und natürlich, ja, das Vertrauen also in manche Institutionen ist also hier sehr stark angeschlagen. Da kann man sich schon fragen, wem kann man da noch vertrauen? Also ich vertraue schon Experten, aber bitte eben also Leute, die Ahnung haben, die aber nicht in irgendeiner Abhängigkeit sind und da vor allem nicht eben also in der finanziellen Abhängigkeit sind. Und ganz wichtig, also hier, das nehme ich zur Kenntnis, was die dann halt sagen, Aber auch dann muss man nicht alles eben sagen, jo, das stimmt und sicher. Man muss auch selber denken. Also hier, ja, zurück eben, also eigentlich zur Aufklärung. Ja, sagt Sakura Audi. Ja, bringt uns zum Thema. Da müssen wir zurück, ja, und man muss auch eben die Möglichkeit haben, die Gegenseite mal anzuhören und dann eine eigene Entscheidung zu fällen. Es ist nicht einfach, also mit, in dieser Zeit, wo wir also mit Informationen von allen Seiten zugeballert werden, ja, da seinen Weg zu finden, das ist schwierig. Aber ich denke, sehr viele Leute haben gesehen, dass uns in den letzten drei, dreieinhalb Jahren da sehr viel erzählt worden ist und vieles davon war absolut falsch. Und diejenigen, die vorher als allererste gewarnt haben, lagen doch also vielleicht nicht in jedem Punkt, aber in sehr vielen Punkten richtig. Und es führt in eine Katastrophe, wenn gerade solche Leute mundtot gemacht werden. Ja. Damit würde ich unser Gespräch beenden. Mir ist noch das Thema Bildung, auch, ich denke uns beiden auch ein wichtiger Punkt, weil ich habe in dem Bereich gearbeitet, du arbeitest dort. Vielleicht auch mal ein Thema für einen nächsten, für den nächsten Videopodcast. Ja, wir haben ja schon gesagt, Fragen, die offen sind, an die Zuschauer drunter schreiben und wir gucken mal, ob da genügend an Fragen zusammenkommt, wo wir dann in drei oder vier Wochen uns nochmal treffen und dann versuchen wollen, diese Fragen zu beantworten. So machen wir das. Ganz lieben Dank, Gerald, für das Gespräch. Ich habe auch zu danken, hat mir Freude gemacht. Mir auch, danke. Bis zum nächsten Mal.